Ein wichtiges Zubehör für ein ausgeglichenes Schaltschrankklima ist der Airblower-Lüfter. Der Airblower wird durch eine Regeleinheit gesteuert und schaltet sich bei Bedarf zu. Zur zielgerichteten Kühlluftführung auf Komponenten mit besonders großer Verlustwärme gibt es Airblades. Diese werden anstelle der Kamm-Segmente eingesteckt. Durch den Einsatz der Airblades können gefährliche Hotspots vermieden werden. Zur Regeleinheit gehören außerdem drei PT100-Sensoren. Diese schalten bei Temperaturüber- bzw. Unterschreitung den Airblower ein- und aus. Die Temperaturfühler werden unterhalb empfindlicher Komponenten angebracht, wo Hotspots entstehen könnten.